Hallo Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GALAXY Ich bin der Stichy Hallo Boah nehmen wir heute früh auf ey Ihr übel Es ist schon fast halb zwölf Es ist nach halb zwölf Was ist da los? Wir haben uns den Wecker sogar dazu gestellt So jetzt, ich teleportier mich mal zurück Nein es hat nicht geklappt Doch jetzt hat es geklappt Oh ich dachte schon Jetzt bin ich mal gespannt Ich habe übrigens meine Minimap gefixt Hä? Ich dachte du hast verloren Ach Minimap Leute Ja genau Und ich habe Danke an die ganzen Leute Ich habe es geschafft Meinem Dino eine neue Textur zu geben Jetzt ist der einfach so ein bisschen wie mein Avatar Ich hätte diese Spitzen einfach ein bisschen gelber machen sollen Weil das sieht richtig cool aus Ich habe gerade Angst, dass er da runterfällt Komm mal mit Ich werde nach dieser Folge unendlich viel Essen haben Echt? Wegen der Fischding? Ja Oh er läuft mal hinterher Ne doch nicht wahrscheinlich Warum? Ich weiß noch nicht was ich genau dafür brauche Ich muss unbedingt mal mein Crab wegwerfen Habe ich noch Eisen Hast du mir eigentlich Eisen rausgenommen? Bei mir ist Eisen Viele Eisen? 43 Ja Okay So Ich würde jetzt am liebsten Einfach irgendwo bauen Wo viel Platz ist Wie ist noch ein Platz? Ja was möchtest du denn bauen? In meinen Maschinen Ach so Ich hatte hier übrigens Pineapples übersehen Die habe ich jetzt gerade Insane gesehen hier Dann wird alle gespammt Alle Was gespammt? Dass ich Pineapples übersehen hatte Wo muss ich denn bei dir schauen Wenn ich gern Eisen hätte? Hier Wo? Hier Danke Wolle ich gleich, oder? Das sieht voll cool aus, oder? Mach ich Sieht das cool aus? Guck mal mein Dino Aber du hast eine andere Textur Guck wie da drin steht Einfach so Ein bisschen fett, oder? Nein Was? Und ich habe auch gelesen Dass ich den mit Weizen heilen kann Ja Töte ihn einfach nicht Okay Hä? Aber er ist doch gar nicht full Er kann glaube ich nicht Fuller sein Ich weiß es nicht So ich brauche jetzt noch mehr von dem Aluminum Wire So ich meinst den hier DG Ich brauche Wolle Ich habe gar keine Wolle Dann holen wir welche Danke Wolle bekommt man nicht so einfach Doch guck mal Du nimmst hier Hier eine Beere Was? Ne 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 Und dann läufst du in den Dschungel Und du sie wolle So einfach ist das Hätt du ich was denn? Wie macht man denn Amboss? Bin ich so doof dazu? Einfach schlecht ist ein falscher Crafting Nein, das muss doch auch gehen Kannst du mir nicht erzählen, dass es da nicht geht Welche der Amboss? Ja 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 da geht es nicht Ach lol XD ey Krass Und ich dachte schon ich bin zu doof dazu Aber natürlich kenne ich die Rezepte Ich meine hallo Die Rezepte kennt man halt So Weil Ich bin jetzt richtig richtig krass drauf Fünf? Meine ganzen Levels sind weg Bin ich gestorben? Ich hatte 31 Level Die sind alle weg Hä? Was habe ich denn mit denen gemacht? Gegessen? Och ne ey Ich hatte 31 Level alter Es läuft sogar direkt Verzaubert habe ich mir auch nicht Ich nehme mal den Hä? Das finde ich jetzt aber echt richtig richtig strange man Hast du jetzt etwas verzaubert und da war jetzt nicht weggegangen oder nicht? Ne ich habe nichts verzaubert Ich bin jetzt einfach auf den Säure gekommen Dann waren sie weg glaube ich Das ist stumpf Mandino steht in mir Mann Das ist eine scheiß Schere Ich muss jetzt Übrigens machen wir heute Abend einen Livestream Wollten wir noch ankündigen Wann genau wissen wir nicht Ich glaube ab 19 Uhr gell? Weil davor wird noch was eröffnet Aber Ich glaube vor 20 Uhr Wir verraten nicht was veröffentlicht wird Weil Das eine Überraschung ist Auf jeden Fall kommt da ein richtig cooles Video bei Tim Oh! Du müsst ihr unbedingt anschauen Bei mir kommen jedes Tag coole Videos Genau Wahrscheinlich alter bestimmt nicht Wo sind meine Diamanten? Ich hasse es wenn ich keine Ordnung habe Och man Töfti Du meinst Luggage? Ne eben Ich wollte jetzt grad Töfti umbenennen man Dass du nicht mehr Luggage sagen kannst Luggage? Geht das? Was? Logo geht das? Werbe! An? Ne doch nicht Mit Spaß lol Mit der Vier kann man sich keine Schwule machen Hm Warum Nimm Kilos denn dreimal nicht mal mit? Der hat wahrscheinlich noch nicht aufgenommen Kann noch saugut sein Länger dann? Bitte? Das ist doch schon länger Hier habe ich ihn schon zweitertragen Ja Spieltage vielleicht Spieltage Der war gut steig Ich weiß So Ich mach jetzt mal Silber Ich hab mir das so voll unproduktiv Weil ich ganz voll dumm bin Ich bin einfach noch richtig müde irgendwie Aber ich meine Es war ja deine Idee so früh aufzunehmen Ja Bluestone brauche ich nicht oder? Nein Wo hab ich Holz? Redwood geht es damit? Ich hoffe mal Nein mach ich zack Leute Dann mach ich zack Dann mach ich zack Dann mach ich zack Ich hab auch gerade zack gemacht Echt? Dann mach ich zack Nein ich bin noch mehr Wie geht denn ein Schubbosch? Ich steh auch wohl Ich weiß es Hey ich kann dir leider nicht helfen Und ich muss jetzt schon wieder losziehen Sollen wir dazu noch kurz ins Bett gehen? Nein zu spät Ich kann dir anderweitig sagen wo es äh scharfe gehen könnte Äh ich weiß ja wo es gibt Also woher denn? Jungen halt Jaja So geht das gar kein Jungen als was anderes Hast du gelesen Irgendjemand hat es geschafft Ah Block of Diamond Nein Block of Redstone Alles noch Nein Noteblöcke 2 Irgendjemand hat es geschafft Ähm Und die Die zwei ähm Fraktionen zu verbinden Ja Das hab ich gemacht Das heißt wir müssen Im Stream aufpassen Dass wir da keine Stelle bekommen Ja Ja Wobei Okay Man darf Ja man darf Ja man darf natürlich jetzt wieder losfliegen ne Weil im wirklichen Kämpf Ja eben Weil wir werden ja angegriffen Wo ist man wir denn wissen? Ja Ich muss auf das Fragezeichen glaube ich anders klicken Mit Shift Ja Ich hab wieder ne Dubstep Gun Yeah Aber das ist jetzt wieder die schlechte Aber dennoch hab ich wieder eine Das ist die Hauptsache hier Ja Ich bräuchte jetzt eigentlich Formel Level Und ich möchte meine Minions weiterarbeiten lassen Weil ich hab bei irgendjemand hab ich gesehen Dass die einfach richtig produktiv sein können Wenn man die richtig verwendet Aber ich glaube da bin ich der falsche Meister zu Hier unten mach ich das einfach Machen wir hier mal ne Fackel hin So ich werd mir jetzt die Übergangs mit Peis machen Oh Riffat Mein Dino beschützt mich nicht mal Weil diese Dinger Ach Glaspain Die sind nicht mal so treuer Das ist gut Jetzt lauf mir doch nicht immer in den Schlag rein Wie hast du Sand? Nee Ich brauche den Sand nicht Ah das ist dann gut So Leute Kommt her Und her Und her Okay ich mach Z Mann Ich komm hier nicht raus aus diesem Menü Oh jetzt Wieso konnte ich das Menü nicht escapen? Richtig komisch Guck mal ich muss jetzt Komm mit Nein Nein Mann Warum geht das denn nicht? Ist irgendwas gestorben? Ist irgendwas gestorben? Ich steh die Mecker die ganze Zeit rum Ich werde mir jetzt nicht schaden Ich bin in irgendwelchen Menüs man Mann Aber es lebt doch alles Du hättest es sehen müssen Mann Ich bin in so einem hässlichen Menü und komm da nicht raus weil ich irgendwas anklicken muss und da kommt einfach noch ein Creeper Sound Und hab einfach Angst dass mein scheiß Dino tot ist Mann Aber Wenn ich meine Lebensanzeige Aber Wenn ich meine Lebensanzeige Guck mal her Oh Gott Oh Gott Huh Huh Alter Meine Ziele waren definitiv zu groß Diese Folge Warum? Ich habe zweihetzt Mein Ziel war einfach nur diese scheiß Minions zu beschwören und alles geht grad schief ey Wenn jetzt noch ein Creeper kommt und ich disconnecte Nein ich bin schon wieder hier Oh Mann Oh Mann Jetzt geht doch weg Es gibt Lock of Coal und Sand damit geht's an Sand habe ich aber auch überhaupt gar nicht Oh Mann Oh ich bin zu kurz zu sein Oh ich habe ihn aber Ist noch irgendwo was Was war denn das für ein Geräusch? Das bin ich die ganze Zeit glaube ich Das war richtig komisch Warum? Du bist so gut Ja da ist gut Mann Geh auf zum Strand Jetzt mach doch was Oh das ist ein Hexen Die sagen die ganze Zeit nur ok ok Machen aber gar nichts Ich habe kein Essen mehr Nein nur der nächste Zombie Mann Lass uns bitte gleich ins Bett gehen Ok Es wäre das beste für Verdammt Ich werde schon mal den Fischer anschließen einfach Ja mach das So Ich mach jetzt Ey da werden von den Blockhäuser gebaut auf dem Berg Übelst hässlich oder? Ding Jetzt hopp Warum macht ihr denn nichts? Jetzt Los Leute Sehr schön Ich meine es hat jetzt nur ich glaube 8 Minuten der ganzen Folge gedauert Aber hey Es hat sich gelohnt Aber hey Das war richtig produktiv grad Die schieße sie mit meiner Dubstep gun ab Nur weil ich dich hasse Oh man Ist er tot? Hat der Gunpowder gedroppt? Das sollte jetzt schon kappen Mein Inventar ist voll Der Fisch Ich habe hier Brot Ich gebe dir eins davon Obwohl ich Pausen habe Was Jetzt lügst du aber Ja Genauso war es Och jetzt lügst du aber Wieso kommen hier Woher kommen die ganzen Items? Keine Ahnung Ey Ich nehme dir jetzt mal hier die ganzen Items raus Mann Gibt so ein Platzproblem hier Ich werde im Livestream glaube ich anfangen so meine Hütte zu bauen Weil Das lässt sich ja so lange noch nicht mehr sehen hier Mit meinem kleinen Erdloch Och genau richtig viel Digi sammle mal Kohle Danke Bitte Du hast keine Kohle gesammelt Lel Nee Rest noch brauche ich für meine Waffe Auf jeden Fall wird jetzt schon wieder Tag Was ziemlich cool ist Coolio Ich töne den da hinten noch Oh davon wollte ich zweifeln Ich weiß was ich jetzt noch crafte Gucken wir wie die geht Ich würde mal sagen Add Open Oh ja hier Oh Gott Ähm Okay Zack Zack Das war nicht denn hier Und ich hasse es cool zu tun Wo bist du denn die Kursspitzel Den komischen Gängen die die Ministerin Echt Also in diesem Schacht Da musst du mir aber ein bisschen was abgeben von Ich habe es halt so Ich habe schon wieder die Schmerz ausverordnet Junge Hä? Ehrlich Weiß So Wie süß das ist Was? Komm mal raus Eine Bärenfrage Nein Ich weiß es nicht Was passiert Nein Ist da nichts passiert? Ne Ob du gefragt hast Du hattest gefragt Ob das eine Bärenfalle ist Ja ist eine Bärenfalle Nein So jetzt Die platziere ich jetzt hier unten noch Weil es ein neuer Creeper kam Die meisten Creeper kommen von hier Was? Von Tinkers Construct, Mann Für was? Für so'n Scheiß Diamond Sword Ding Übertreib halt Tinkers Construct Kontrast Wie ist das Ding? Tinkers Construct Ist ein Wort den ich einfach nicht mag Ist es mit dieser ähm Mit diesem schwarzen Teil da Das du da gebaut hast Ja das schwarze Teil, genau Wie hieß das denn? Das stimmt sogar Ja, Schmiede Nein, das hieß nicht Schmiede Hat einen coolen Namen gehabt Battery Nein Deutsche Schmiede Hier gibt's jetzt übrigens das Portal Bei ähm Das wurde jetzt hier generiert, gell? Das weißt du Dieses ähm Ach, ich krieg 8 davon, Mann Ich muss auch mal hingucken, ey Ich hab schon eins gebraucht So, jetzt hab ich hier Bärenfalle platziert Was crafte ich mir noch? Ach lol Aber Shapecrafting wahrscheinlich geht das Einen Rasensprenger mach ich noch Doch! Ein Bass Ein Bass Oh, ich glaub ich hab nicht so viel Eisen Als das das reichen würde Ich hab wieder 30 Level einfach bekommen Nein, Tüfti ist in der Bärenfalle gefangen Wie das aussieht Kommst du die da raus? Ich hab's einfach gerettet Boah Und jetzt muss ich sie wieder scharf machen Ich weiß, ey Siehste, ich bin ein gutes Elternteil Nicht so wie du Woher kommen jetzt auf einmal wieder die Level? Ich hab einfach wieder in 30 Level Ich bin sicherlich nicht ein Elternteil von Tüfti Ja genau, Tim Ding 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 So, Achtung, wo bist du? Ich hab aber irgendwie Angst Ich glaub aber die ähm Rasten nicht aus Die fallen Wenn ähm Menschen dort durchlaufen Oh ne, ok geht Guck mal Was denn? Nein, das Ö ist bei mir ein Fragezeichen Bei dir auch? Du bist bei mir ein Fragezeichen Was ist los? Schau dir mal das Öl an Ja, es sieht ziemlich hässlich aus und wenn ich da reingucke heißt das Ding nur noch Luggage Deswegen würde ich auch für immer ein Luggage bleiben Nein, du bist ein Luggage, Alter Ja Ich mach dir das jetzt hier hin Hast du eigentlich gesehen, den Creeper Kopf hab ich dir damals hier hin gemacht? Ja Ja Ich bin schon ein Wunder, was das denn soll Ich will das Ding nicht haben Nein Das ist so far Ja Ich mach, nein, da hab ich dein Watt mal in White Storm Nimm mal dein Weiß und dein Inventar, du Trotte Ja man, hab ich das ruhig Das ruhig Das ruhig noch diesen Scheiß macht nichts vor, das ist ja eigentlich in so viel Ich glaub Und dann wird das alles klappen Guck mal hier die Kiste, da ist ganz viel Fisch In welcher? Wenn wir das nicht mal aufnehmen, hier Ich seh da keinen Fisch Hör auf! Junge Ich hab mich weggeportet Jetzt hör doch auf! Ich hab ein Herzmann Junge Mann So, wir hören jetzt auf Nein Doch, wir sind schon über Oh, wir sind über, okay Dann, wenn wir uns hören, dann hören So, wir werden freuen Heute Abend geht's live-stream Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss